Mein Lieber Slane McRoth, Tommy. Für wen hältst du dich eigentlich? Ich stelle jetzt einmal diese Frage in den Raum. Und zwar nicht rhetorisch gemeint, wie man den Spruch meistens verwendet, sondern tatsächlich so gemeint. Für wen hältst du dich? In diesem Video, das ich eigentlich schon seit Monaten im Kopf habe, möchte ich einen Anstoß geben zur Selbstreflexion. Ich glaube, einen Anstoß, der ganz dringend notwendig ist. Deswegen gibt es jetzt heute in dem Video auch keinen Sarkasmus, kein Rumgeblödel, kein Rumgeeiere, sondern meine Meinung zu den letzten Wochen und Monaten, zu Slane McRoth, zur Entwicklung, zu seiner Entwicklung, zur Entwicklung von seinem Kanal. Meine Gedanken dazu, so wie ich es mir denke, ganz einfach, weil ich ganz ehrlich keine Lust mehr habe, das unkommentiert alles so stehen zu lassen. Das möchte ich nicht mehr. Und deswegen machen wir jetzt heute an dem Sonntag dieses Video. Nachdem ja gestern Abend dieser Stream auf Twitch von GoneGoneReacts war, den ich angeschaut habe, wer Slane McRoth verfolgt, der durchaus eine Grüßegrüße in der Community ist, sagen wir einmal, die meisten werden ihn kennen, ja, der hat vielleicht jetzt auch die Geschehnisse der letzten Tage mitbekommen. Und ja, und jetzt, ich muss jetzt einfach was dazu sagen, ja, in Videoform. Mir ist bewusst natürlich, dass ich dadurch vielleicht auch einigen Zuschauern auf den Schlips treten könnte, weil natürlich, ich weiß, ich meine, unsere Bubble hier in diesem Film-YouTuber-Unboxing-Bereich oder generell halt Film-Bereich ist relativ überschaubar. Ja, natürlich gibt es sehr, sehr viele Leute, das weiß ich natürlich auch, die schauen in Slane und die schauen mich, die kommentieren auch bei uns beiden. Ja, ich hoffe, dass sich da keiner auf den Schlips getreten fühlt. Ja, es geht nicht darum, jemanden persönlich anzugreifen. Weder Slane, ja, noch irgendwelche Zuschauer. Niemand, ja. Warum ich das Ganze jetzt in Videoform mache und nicht als zum Beispiel Kommentar oder sowas, ich kommentiere nicht auf Zensurkanälen. Und dein Kanal, mein lieber Slane, wird zensiert. Und zwar von dir. Und zwar inzwischen relativ hart. Ja, und das hast du auch wieder in dem Video heute, was war das für ein Vlog, mal wieder Commentception Plus, hast wieder bewiesen, ja. Und ich habe bewusst das Video heute noch abgewartet, habe ich mir noch angeschaut, jetzt bevor ich das Video aufnehme. Ich wollte das eigentlich schon früher aufnehmen, das hat jetzt ein bisschen gedauert, weil ich mir das Video noch anschauen wollte und mir überlegt, okay, vielleicht ist ja schon ein bisschen Selbstreflexion eingetreten, was meiner Meinung nach mal wieder überhaupt nicht der Fall war. Und es hat sich nur bewahrheitet, dass du einfach Hardcore zensierst auf deinem Kanal. Obwohl du dich ja auf der anderen Seite über Zensur von anderer Stelle sehr gerne beschwerst. Ja, deshalb, ich möchte nicht Gefahr laufen, einen langen Kommentar zu schreiben, für den ich mir vielleicht einen Haufen Mühe gegeben habe und der wird dann wegmedelt und ich werde dann ausgeblendet auf dem Kanal und so weiter oder geblockt, wie auch immer. Ich habe jetzt den Vorteil, ich bin selber Content Creator, das heißt, ich habe die Möglichkeit, meine Meinung in Videoform zu äußern. die nicht blockbar ist, ja, das haben vielleicht andere nicht, aber deswegen nutze ich das, ich kommentiere grundsätzlich nicht auf Kanälen, die Kommentare zensieren. Das mache ich nicht. Ich mache es nämlich auch nicht und ich erwarte das auch von anderen. Natürlich steht es jedem frei, ja, das ist jedem sein eigener Kanal und man kann auf seinem Kanal wegmeddern, was man möchte. Ja, ich denke mal, mein Teil dazu, ganz einfach und deswegen gibt es das heute in Videoform. Schauen wir mal, wie lange das es wird. Es wird übrigens keine Reaction oder irgendwas auf ein Video vom Slan. Ich werde alle jetzt, ich werde natürlich den Slans Kanal unten verlinken, das ist klar und auch vielleicht das eine oder andere Video, auf das ich mich möglicherweise beziehe, ja, dass ihr vielleicht dann Bescheid wisst und dann auch direkt reinschauen könnt. Und es ist ja auch so, wenn wir gerade bei diesem Thema sind, was sich und was einer der großen Kritikpunkte ist, die ich gleich vorweg vielleicht einmal äußern kann und möchte, es zeigt sich eigentlich immer ganz deutlich und gerade in den letzten Monaten, dass du keinerlei Lust hast zu diskutieren. Das heißt, wenn ein Kommentar, ein kritischer Kommentar entweder bei dir auf Facebook ist oder unter deinem Video, der nicht deiner Meinung entspricht, dann empfindest du das als potenziellen persönlichen Angriff und dann stellst du demjenigen, er hätte sich nicht mit dir beschäftigt, möchte dir seine Meinung aufdrücken und ja, meistens wird derjenige halt dann rausgeblockt. Ja, hat man jetzt ja erst, ich meine, die Beispiele hat man ja erst in deinem letzten Video gesehen, das waren völlig normale Kommentare, die waren ohne jegliche Beleidigung oder sonst irgendwas, die haben einfach bloß eine andere Meinung gehabt und wollten vielleicht nur einen anderen Gesichtspunkt oder ihren Standpunkt reinbringen, aber das ist nicht ein Ding, das möchtest du nicht. Du brauchst Kommentare, die dich bestätigen, ja, die das, was du empfindest oder meinst, bestätigen. Das ist das, wovon du dich ernährst, ja, das Negative muss raus und das ist ein Problem. Ich sag dir was, Len, man muss auch nicht in jedem Punkt irgendwo einen Kompromiss finden oder sich einig sein. Man kann auch, wenn man ein erwachsener Mensch ist, dann kann man auch einmal eine Meinung einfach stehen lassen. Die kann man einfach stehen lassen. Ich habe vor einigen Monaten habe ich einmal dieses Ramstein-Video gemacht und mir war bewusst, wenn ich das Thema anschneide auf meinem Kanal, das wird unfassbar viele Reaktionen hervorrufen und die werden nicht alle mir gegenüber positiv sein und so war es auch und ich habe böse Kommentare gekriegt und es war auch okay und weißt, was man dann einfach machen kann? Man kann einfach den Kommentar stehen lassen, gar nichts dazu schreiben. Das muss man nämlich nicht, weil meine Meinung habe ich ja im Video schon gesagt. Die muss ich ja dann nicht nochmal dem Kommentator erklären, außer es hat vielleicht ein kleines Missverständnis oder was gegeben. Dann kann man vielleicht, aber ich muss den nicht davon überzeugen. Ich werde denjenigen, der andere Meinung vertritt, vielleicht auch gar nicht überzeugen, aber das muss man auch nicht. Man kann es einfach stehen lassen. Gleiches auf Facebook. Ich beteilige mich nicht groß an Facebook-Diskussionen, eigentlich gar nicht mehr, weil man lebt viel ruhiger. Ich muss nicht zu allem meinen Senf dazugeben. Ich kann auch Sachen einfach einmal stehen lassen. Oder ich habe Interesse tatsächlich an der Diskussion und dem Austausch, aber da muss man auch bewusst sein, dass ich den anderen vielleicht nicht überzeugen kann. Oder vielleicht einmal überlegen, vielleicht habe ich dann auch nicht recht. Es ist nicht immer alles ein Missverständnis oder der versteht mich nicht. Nein, vielleicht ist er einfach anderer Meinung. Das kann man stehen lassen. Oder man macht es sich einfach. Ich will nichts hören und nichts sehen. La 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 la. Ich blog dich. La 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 la. Das kann man machen, wenn man fünf Jahre alt ist. Natürlich kann man das machen. Oder man lässt es einfach stehen. Und ich halte das für ein großes Problem, weil das was mit sozialer Interaktion zu tun hat. und ich glaube auf diese soziale Interaktion werden wir in dem Video noch das eine oder andere Mal öfter zu sprechen kommen. Ich habe mir da bloß ein bisschen einmal ausnahmsweise heute so eine kleine Stichpunktliste geschrieben, dass ich so ein bisschen einen Fahrplan habe. Und da sind wir halt auch schon bei dem Thema du machst halt auch alles gerne das selbst, was du anderen vorwirfst. Das ist mir des Öfteren schon aufgefallen. Schon eigentlich seit vielen, vielen Monaten. Aber es ist wirklich die letzte Zeit wirklich schlimmer geworden. Meiner Meinung nach. Ich meine, ihr müsst euch überlegen. Ich verfolge den Slane jetzt schon seit längerer Zeit. Seit Jahren. Ich weiß nicht, wie lange habe ich jetzt meinen YouTube-Kanal. Mal drei Jahre. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht. Müssen Sie mal nachschauen. Es ist egal. Ich verfolge den schon seit Anti-Ollianz-Zeiten und habe sehr, sehr viele von seinen Videos gesehen. Und ich habe auch seine Entwicklung gesehen. Und die ist nicht positiv im Vergleich zu vor zwei, drei Jahren zu heute. Was ja auch so ein Grund ist, warum ich das Video mache. Und dieses Ich mache alles das selbst, was ich anderen vorwerfe. Und das ist zum Beispiel mit diesem Kommentar-Rezensieren. Ja. Du hast dich auch schon drüber aufgehend. Über Zensur. Du regst dich über Zensur auf. Du regst dich über Zensur auf und machst es selbst. Und das ist in so... Oder du regst dich drüber auf, dass Leute... Dass du beleidigt wirst. Das ist auch so ein Paradebeispiel. Du ärgerst dich drüber. Jeder, der so ein bisschen die Thematik verfolgt hat die letzten Jahre, was das in dir ausgewischt hat, wie Olli Ankart dich beleidigt hat. Öffentlich. Und das war scheiße, ja. Und das war scheiße. Und er hat seine Abreibung dafür auch zurecht bekommen. Warum machst du das dann selber? Warum machst du selber? Warum strotzen deine Videos vor Schimpfwörtern und Beleidigungen? Warum? Warum beleidigst du Influencer, ja, wer auch immer nach deiner Definition ein Influencer ist, als Nutten oder Huren oder weiß der Geier was? Warum machst du das? Du möchtest doch keine Beleidigungen oder ist es okay, wenn du das machst? Ja? Ist es okay? Weiß ich nicht. Du wirst auch nicht beleidigt werden, oder? Ich glaube nicht. Und das finde ich schwierig. Wie kann man sie selber über Dinge durchaus auch zurecht ärgern und dann das Gleiche das Gleiche permanent selber machen? erklär mir das. Warum das bei dir was anderes ist als bei anderen? Das würde mich tatsächlich interessieren. Selbstreflexion Slain drüber nachdenken einmal was man eigentlich tut. Da sind mal Zigaretten ausgegangen vor lauter Laber. Gott da wackelt alles ab, da leckt mich doch am Arsch. Jetzt muss ich einen Schluck Kaffee trinken. Ist ja Sonntag. Bezug zu Geld. Weißt wann der erste Gedanke in mir aufgekeimt ist, ich muss einmal was dazu sagen, zu dem was du eigentlich rauslässt, wie es um deine Zähne gegangen ist, beziehungsweise um deinen Zahnersatz. Weil da ist nämlich mir eines klar geworden, du hast keinerlei Bezug zu Betriebswirtschaft, Geld, was Dinge kosten, das hast du überhaupt nicht. Und das hat man gesehen gesehen mit dieser Diskussion mit Adblocker und weiß der Geier was um was das ist gegangen ist. Du hast keinerlei Bezug dazu, wie irgendwas finanziert wird oder wie das funktioniert. Gar nicht. Und weißt warum mich das so geärgert hat? Mit deinem Zahnersatz. Du setzt dich in das Video rantest drüber und das ist so scheiße und ich kriege nichts Anständiges und das soll das Beste sein. Ja, ich sag dir mal was. Natürlich gibt es besseren Zahnersatz. Implantate. Weißt was die kosten? Ein Implantat etwa zwischen ich würde sagen 1500 und 2000 Euro. Ja, weil ich bräuchte nämlich auch eins. Eigentlich. Ja, so, also ich weiß zufällig ungefähr was das kostet. Ja, ich war auch schon mal beim Zahnarzt. So, ja, glaubst du ich kriege das zahlt? Glaubst du das? Glaubst du Leute gehen zum Zahnarzt und sagen ich will ein Implantat? Glaubst du die diskriminieren dich, weil du Rentner bist oder was? Und dann kriegst du das nicht. Nein, auch jemand der arbeitet bekommt das nicht bezahlt. Glaubst du ich schüttel 2000 Euro so aus dem Ärmel? Glaubst du ich schüttel 2000 Euro aus dem Ärmel? Das geht auch nicht unbedingt wenn man arbeiten geht. Da musst Miete zahlen, musst dein Strom, deine Heizung, dein Geier was, keine Ahnung was, das kostet alles einen Haufen Geld. Und da kann ich nicht einfach mal hingehen und sagen, ich hätte gern aber jetzt einen Zahn. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht, weil das muss irgendjemand bezahlen. Auch deine Zähne muss irgendjemand bezahlen. Die Firmen oder auch die Ärzte, die leben nicht von Luft und Liebe. Und ganz ehrlich, natürlich kann man Pharma Firmen und so weiter, von mir hat es auch diese ganzen Zahnersatz Firmen und was es nicht alles gibt, kritisieren, weil es geldgeile Säcke sind. Das kann man ja machen. Natürlich Pharma Industrie, die sind nicht super nett. Die wollen Geld verdienen. So läuft es in der Industrie. Jeder Betrieb will Geld verdienen. Und zwar so viel wie möglich. Das ist einfach so. Ja, kann man kritisieren, aber dann muss man halt, wenn einem der Kapitalismus nicht gefällt, muss man in ein Land auswandern, wo es halt Kommunismus gibt. Aber dass der Kommunismus nicht funktioniert, das haben wir in der Vergangenheit auch gesehen. Also, ich kann mir das auch nicht leisten. Kann ich nicht. Ja, ich das ersparen. Da kann ich mich echt schon wieder aufregen. Echt. Und weißt, was ich mir ein bisschen erwarten würde? Nur ein bisschen. Weißt, ich bin großer Verfechter des deutschen Sozialstaats. Ja, bin ich. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Errungenschaften, die wir in Deutschland haben. Deutschland hat einen Sozialstaat, den kein anderes Land, glaube ich, auf der Welt in der Form hat. Niemand muss in Deutschland auf der Straße schlafen. Niemand muss verhungern. Niemand muss frieren. Niemand muss an unbehandelten Krankheiten sterben oder sonst irgendwas. Wir haben ein sehr gutes soziales System, das durchaus auch ausgenutzt wird. Ja, die Gefahr besteht leider immer, wenn man sowas hat. Dieses Sozialsystem, dieser Sozialstaat ist einfach eine Versicherung, in die wir einzahlen und ich zahle gerne dafür ein. Ich zahle sehr viel dafür und ich zahle gerne dafür ein, weil ich genau weiß, dass wenn ich Pech habe im Leben, dass ich vielleicht auch irgendwann einmal darauf angewiesen sein könnte, dass ich aufgefangen werde. Und was ich mir dann wünschen würde, wäre ein bisschen Demut, statt sich hinzusetzen und im Video zu ragen. Ein bisschen Demut. Und damit meine ich nicht, dass das jetzt nicht falsch verstanden wird, dass man hunderttausendmal danke, 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 lieber Staat oder liebe Mitbürger, dass du mir finanziert so sagen muss. Nein, das ist eine Selbstverständlichkeit in einem Sozialstaat. Für mich eine Selbstverständlichkeit. Wie gesagt, ich weiß genau, ich möchte nicht tauschen mit dir oder mit irgendjemandem anders, dem es gesundheitlich so schlecht geht, dass er vielleicht nicht arbeiten kann oder was auch immer. Ich gehe lieber arbeiten, bevor ich krank bin. ganz ehrlich und deswegen da muss niemand auf den Knien rumrutschen, aber ein bisschen, ich glaube Demut ist das richtige Wort vor dieser Einrichtung, die wir haben, die einfach Leute, die nicht können und sogar auch die, die nicht wollen, dass die aufgefangen werden. Statt wie gesagt sich hinzusetzen und dann einfach nur zu schimpfen und zu tun als wäre man Bürger zweiter Klasse oder dritter Klasse oder weiß der Geier was, wie gesagt das Geld muss irgendwo herkommen. Du kannst nicht einfach, wir können nicht, die Gemeinschaft kann nicht für jeden den teuersten Zahnersatz oder was auch immer finanzieren. Wo soll das Geld herkommen? Wo? Das, ich verstehe es nicht. Das, man muss sich doch ein bisschen, das kann doch nicht sein, dass man sich mit Dingen überhaupt nicht beschäftigt und dann, ja natürlich kann man sich ja mal ärgern über Dinge und ich ärgere mich über sowas, weil ich das nicht in Ordnung finde. Ich finde es überhaupt nicht in Ordnung auf die Art und Weise und das war das erste Mal, wo ich mir dann richtig eigentlich schon gedacht habe, das kannst nicht stehen lassen. Du kannst doch das jetzt so nicht stehen lassen, ich habe es aber trotzdem stehen lassen. Einfach so unkommentiert, obwohl es mich so geärgert hat. Und da haben wir gedacht, okay, er hat einmal einen schlechten Tag gehabt, was soll's, er hat damals viele schlechte Tage gehabt und die ziehen sich bis heute durch. Gleiches ist es jetzt mit dieser Art Adblocker-Thematik auf YouTube. Man merkt genau bei deinen Aussagen dazu, du machst dir keine Gedanken, wie YouTube überhaupt finanziert wird, gar nicht, wirfst halt irgendwelche Zahlen in den Raum. Das sind, das bei Firmen, egal um was es geht oder wenn es zum Beispiel um Filmveröffentlichungen oder natürlich kann man da immer ein bisschen drüber diskutieren, ob das jetzt 5 Euro teuer ist oder sonst irgendwas. Aber die Leute leben doch alle nicht vor Luft und Liebe. Nein, es muss Geld verdient werden. Bei YouTube arbeiten, was weiß ich, wie viele tausend Leute, die sich um alles mögliche kümmern, die Infrastruktur muss zahlt werden, die Server und so weiter, das muss alles bezahlt werden. Das ist nicht so, dass YouTube einfach so im luftleeren Raum schwebt. Und Einnahmen, wie kann ich denn Einnahmen generieren? Entweder dafür, dass Leute für eine Dienstleistung, für einen Service, was YouTube ist, bezahlen, was jetzt zum Beispiel YouTube Premium wäre, oder indem das werbefinanziert ist. Es gibt im Endeffekt bloß die zwei Möglichkeiten, weil irgendwer muss das bezahlen. Bei der Werbefinanzierung bezahlen das die Werbetreibenden und bei Gebühr bezahlen das die Konsumenten, die Zuschauer. Was jetzt besser ist, kann jeder für sich selbst entscheiden. Und der Witz ist doch, wie kann man sich da überhaupt drüber aufregen? Wie kann man sich darüber aufregen? Ja, ich benutze auch Adblocker, ja, weil ich nicht, und das hat jetzt nichts mit YouTube zu tun, ich benutze ganz gerne YouTube, bei YouTube sowieso nicht, weil ich YouTube Premium habe. Kurz dazu vielleicht was. Es gibt ja einen Grund, warum ich YouTube Premium habe. YouTube ist die Plattform, oder der Service, den ich jeden Tag am meisten benutze, und zwar mit Abstand. Ja, deutlich mehr als Netflix, als Amazon, als sonst irgendwas. Von YouTube kriege ich die meisten meiner Informationen. Wenn ich zu irgendeinem Thema was wissen will, gehe ich auf YouTube und schaue mir das an. Ich nutze das ja nicht bloß als Creator, ich nutze das ja auch als Konsument. Und das Angebot auf YouTube ist quasi unerschöpflich. Diese Datenbank an Wissen, natürlich gibt es viel Schwachsinn auf YouTube, keine Frage, wie auf jeder Plattform. Aber YouTube ist vor allem auch eine schier unerschöpfliche Plattform an Wissen. Ich muss irgendwas reparieren, irgendwas ist an meinem Auto, ich schaue auf YouTube. Meine Waschmaschine ist kaputt, ich schaue auf YouTube. Aktuell ist die Nachrichten, ich will mich zu Themen mit unterschiedlichen Meinungen informieren. Die Möglichkeit habe ich auf YouTube, weil es dort Content Creator gibt, die Themen von unterschiedlichen Seiten beleuchten und nicht bloß das, was in die Öffentlich-Rechtlichen kommt. Ganz einfach und dafür zahle ich gerne 12 Euro. Ich finde das nicht so teuer. Das darf jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde die 12 Euro für das, was ich bekomme an Input als Gegenleistung finde ich das nicht so teuer. Und das Tolle ist, wenn ihr die 12 Euro nicht zahlen will, dann muss ich das auch nicht. Dann muss ich einfach bloß ein bisschen Werbung anschauen. Das ist alles. Und Werbung ist nervig. Ja. Werbung hat mich schon genervt bei den Privatsender im Fernsehen damals. Keine Frage, das ist nervig, das geht jedem auf den Keks. Aber es ist halt so. Aber ich anerkenne, weil ich erkenne an, dass es halt notwendig ist, um die Plattform zu finanzieren und auch nicht nur um die Plattform zu finanzieren, sondern auch um die Creator, die teilweise überragenden Content machen. Nennt alle, um Gottes Willen natürlich, wie gesagt, es gibt Schrott-Content auf YouTube. Aber es gibt großartige Content-Creator, die mit der Idee durchgestartet sind und die sich getraut haben, das auch Vollzeit berufstätig zu machen. Das ist ja auch so was, was viele und was auch du, lieber Slan, anscheinend nicht verstehst. Glaubst du ernsthaft, dass heute YouTube ist heute nicht mehr so? Natürlich kann man das kritisieren. Ja, ist nicht mehr Broadcast, yourself, blablabla. Ja, die Plattform ist riesig. Aber davon profitieren wir auch. Wir alle profitieren auch von diesen Content-Creatoren, die das professionell machen, mit professionellen Content, mit Nachrichten, mit Wetter, mit Unterhaltungssendungen, die teilweise extrem aufwendig und auch kostenintensiv zu produzieren sind. Es hocken sie nicht alle bloß so wie wir Hans-Wurschten vor die Kamera mit quasi null Geldeinsatz und quatschen einfach irgendwas. Nein, viele investieren auch sehr viel Geld da rein, in Recherche, viel Zeit und Geld. Das ist Arbeit. Ja, du kannst es dir vielleicht nicht vorstellen, dass auch sowas Arbeit ist. Aber das ist so. Und wie vermessen ist es, sich dann hinzusetzen und sagen, das sind ja alles irgendwelche komischen Leute, drücken wir es mal so aus, die das da machen. die sind ja alle nur Gagger. Natürlich wollen die auch Geld verdienen. Klar, logisch wollen die Geld verdienen, weil auch die leben nicht von Luft und Liebe. Keiner tut das. was soll ich denn sonst, wenn ich kein Geld habe, soll ich ein Kit aus die Fenster raus fressen oder was? Das kostet alles was, Slane, es kostet was und das Geld muss irgendjemand verdienen. Meine Güte, auch auf YouTube. Du profitierst doch selbst von dieser Plattform und wenn du dich beschwerst über Werbung und da sind wir bei dem Thema genau das selber tun, was man anderen vorwurft oder Doppelmoral. Du unterstellst ja anderen gerne Doppelmoral. Wie schaut es mit deiner Doppelmoral aus? Warum ist denn bei dir, wenn du so gegen diese furchtbar schlimme Werbung bist? Ja, weil das könnten ja Kinder sehen. Oh Gott, die armen Kinder. Das wenn ich schon immer höre, die Kinder. Die Kinder vögeln heute mit elf. Entschuldigung. Ja, die Zeiten haben sie geändert. Und vor allem Slayen, willst du mir jetzt sagen, dass alles von deinem Content kindgerecht ist? Ernsthaft? Ich glaube nicht. Ja, und das können die auch sehen zufällig. Ja, wenn halt irgendein Horrorfilm der was weiß ich was oder über den gesprochen wird oder Schimpftier raten oder weiß der Geier was. Ist das kindgerecht? Machst du dir da auch so viele Gedanken um die armen Kinder, die dann mit irgendeiner Werbung auf irgendwelche Flash Games weitergeleitet werden? Ich sage dir mal eins, die meisten Kinder von heute haben glaube ich mehr Medienkompetenz als zum Beispiel meine Eltern. Ja, weil die damit Kinder sind keine Trottel. Ja, ein Kind geht jetzt nicht in den Laden, weil jetzt die Wodka Gorbatschow Werbung gelaufen ist und holt sich erst einmal eine Flasche Wodka. Nein, was? Nein, nein, überhaupt nicht. Dann mach Werbung aus auf deinem Kanal. Du freust dich, du sagst doch selber, du freust dich drüber über die paar Euro, die du zusätzlich verdienst. Ich tue das im Übrigen auch. Das ist ein netter Obolus. Ein netter Zuverdienst, den man in den heutigen Zeiten, wo alles so teuer geworden ist, gut brauchen kann. Und dann sagst, die sollen doch einfach, das passt schon, die sollen dann einfach, okay, das macht alles gar keinen Sinn, was du sagst, dann sollen die ja hier sollen es für die Creator die Werbung ausmachen, dass die keine Einnahmen mehr bekommen, sondern YouTube nur noch sich selbst finanziert, ja dann siehst die Werbung trotzdem, nur dass die Creator überhaupt nichts mehr abbekommen. Das heißt, YouTube würde dann sehr viel Lehrer werden, und zwar sehr viel Lehrer. Da wären viele Kanäle nicht mehr da, weil die dann was anderes machen müssten, na, genau, weil sie ihr Geld anders verdienen müssten. Geh doch mit gutem Beispiel voran und schalt die Monetarisierung aus, aber das machst auch nicht, gell, weil die paar Euro kann man schon brauchen. Doppelmoral, Slay, Doppelmoral. Mal drüber nachdenken, wie Dinge rüberkommen. Im einen Moment sagst, die Werbung ist okay, im anderen schalt die Werbung ab, den Creator das, eigentlich aber auch nicht, eigentlich ist es mir wurscht, was willst du überhaupt damit aussagen, was ist das Thema, um was geht es überhaupt, ja, und ganz ehrlich, die Frage stellt man sich derzeit bei so einem Video, einigen Videos bei dir, um was geht es überhaupt, was ist überhaupt das Thema, worüber regt er sich eigentlich gerade auf, regt er sich nur auf, um sich aufzuregen, ist es noch gesund, das ist die Frage, ja, das bin ich beim nächsten Thema, Widersprüche, ja, ich weiß nicht, die Videos von dir, du widersprichst dir gefühlt schon während dem Satz, den du sprichst schon, was weiß ich, wie oft, das ist jetzt ganz aktuell jetzt, das mit dem Adblocker, mit dem Thema, was darf es denn sein, Slayne, geh mit gutem Beispiel voran, mach die Werbung aus, oder ist es doch, so wichtig ist es dann doch nicht, gell, sollen die anderen erst nochmal machen, und und das nächste ist, warum machst du Videos, wenn du dann fünfmal im Video sagst, oder zehnmal, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja, habe ich nicht so richtig, damit kenne ich mich nicht aus, oder sonst irgendwas, du hast immer sehr viel Meinung zu einem Thema, aber wenig Ahnung davon, nicht immer, ja, bei Filmen hast mit Sicherheit Ahnung, aber bei vielen anderen Themen, bei vielen anderen Themen, höre ich die meiste Zeit, ja, keine Ahnung, oder es wird irgendwas behauptet, in den Raum gestellt, ja, das du vielleicht irgendwo aufgeschnappt hast, ohne das zu prüfen, ohne einmal zu überprüfen, ob das überhaupt stimmt, und das geht nicht, ich kann nicht permanent mich in Videos setzen und falsche Informationen oder Nicht-Informationen rausgehen, nur um dann ein, zwei Videos später zurückrudern zu müssen, ja, und sagen, oh, da habe ich jetzt ein bisschen Mist erzählt, dann aber sofort im nächsten Video das gleiche wiederzumachen, ein nicht enden wollender Kreislauf, irgendwas erzählt im Video, das berichtigt dann jemand, ja, vielleicht in den Kommentaren oder so, ja, im nächsten Video muss man dann zurückrudern, wird dir das nicht selber zu blöd, dann recherchiere halt vorher ein bisschen, recherchiere halt vorher ein bisschen, auch bei dieser Werbegeschichte bei Google und so weiter, bei YouTube, da hättest dich ja auch vorher, bevor du upraged in dem Video, vielleicht halt ein bisschen informieren können, ich meine, jetzt bist du informiert, jetzt hat der Gone Gone React da, ich finde, eine ordentliche Reaction dazu gemacht, ja, ich habe die komplett angeschaut, das war echt super, da bin ich jetzt viel böser, ja, aber ich habe auch viel mehr Bezug zu dir, ja, als der Gone Gone, für den Gone Gone bist du komplett fremder, die hat sonst von dir noch nichts gesehen, für mich bist du aber kein fremder, ja, und wenn ich das jetzt so ausdrücken will, mir liegt auch mehr an dir, und deswegen bin ich auch da deutlich direkter, ja, weil auch das mache ich zum Beispiel nur bei Leuten, an denen mir irgendwas liegt, weil alle anderen sind mir nämlich scheißegal, da mache ich gar nichts dazu, ja, weil, was interessiert mich das, nur um, weil natürlich jetzt mein Video natürlich eine Ansage irgendwo ist, ja, aber es hat einen Grund, ja, informiere dich vorher ein bisschen, einfach einmal, und denk einmal vor dem Video, setz dich nicht im Rage-Modus in ein Video rein und hau einfach irgendwas raus, was soll denn das bringen, wem soll das was bringen, welche Informationen möchtest du weitergeben, welche, ich, ich verstehe es nicht, außer, dass du Leute beleidigst, was soll das, wieso denkst du, dass es okay ist, wenn du dich in ein Video setzt, ja, wir haben Meinungsfreiheit, ja, nicht so sehr auf deinem Kanal, ja, aber wir haben eigentlich in Deutschland Meinungsfreiheit, ja, und man kann auch sehr viel sagen, darf man auch, darf man übrigens auch auf YouTube, ja, darf man tatsächlich, manche Dinge darf man nicht, das ist auch okay, ja, was man aber definitiv nicht macht, was man nicht erlaubt ist, ist Leute beleidigen, das macht man nicht, weil, damit untermauert man nicht seine Argumente, ja, wenn man wie ein Affe im Baum sitzt und mit Scheiße schmeißt die ganze Zeit, ja, dann ist man vielleicht die Loll-Kau der Nation, aber man hat nicht seinen Inhalt oder sein Anliegen weiter verbreitet, es tut mir leid, überhaupt nicht, nein, das geht, was soll denn das, und du kannst dir nicht hinsetzen und sagen, ich hab dir am Anfang schon gesagt, ich bin beleidigt worden, oh Gott, ich bin beleidigt worden, ganz furchtbar, und du machst das gleiche selber und dann, und sich dann hinsetzen und sagen, ich bin halt so, Leute, ich bin halt so, ich bin halt impulsiv, ich kann es nicht mehr hören, ich bin halt so, ist keine Ausrede für ihr oder Entschuldigung für irgendwas, ich kenne auch im Real Life ganz furchtbare Menschen, ganz schlimme Menschen, wirklich extrem schlimme Menschen, Hardcore-Narzisten, ja, die kenne ich in Real Life und mit denen habe ich zu tun und den kann ich auch nicht ausweichen teilweise, ja, ich muss mit denen umgehen und ja, die sind auch so, die können vielleicht auch nichts dafür, aber das ist keine, keine Entschuldigung für irgendwas, wo kämen wir denn da auch hin, wenn ich einfach sagen würde, ich bin halt so, ja, ein Serienkiller ist vielleicht auch so, ja, hartes Beispiel, ich weiß, ja, aber da kann ich doch auch nicht sagen, ja, gut, ist halt so, bringt halt Leute um oder isst die oder keine Ahnung was, da muss man schon Verständnis dafür haben, nee, da habe ich kein Verständnis dafür, ja, weil Menschen sind keine dummen Primaten, mal da fragst du, dass Primaten eigentlich gar nicht so dumm sind, ja, egal, ihr wisst, was ich meine, Menschen sind keine willenlosen Opfer ihrer Emotionen, das, nein, nein, und das hat auch nichts damit zu tun mit, ja, ich äußere halt meine Meinung und, und, ja, ich will keine Maske sein oder, oder, oder sowas, soll ich dir was sagen, Slane, du kommst mir eh vor inzwischen wie die allergrößte Maske, weil ich nämlich glaube, und das ist jetzt gar nicht einmal böse gemeint, weil jeder irgendwo, man sagt immer so, ja, sei du selbst in YouTube-Videos, ja, auch ich bin nicht zu 100% in YouTube-Videos so, wie ich im Real Life bin, zum Teil, ja, ich bin auch im Real Life sarkastisch und lasse Kommentare raus, wo andere dann sagen, oh Gott, oder sonst irgendwas, ja, das, ja, aber natürlich überspitzt man manche Sachen ein bisschen, es geht um Entertainment, ja, natürlich, ist so, ja, das heißt, jeder ist so ein bisschen, oder sagen wir mal, die allermeisten Leute sind irgendwo so ein bisschen eine Maske online, ich glaube, da kann sich keiner ausnehmen, aber ich glaube, bei dir ist es auch so, wenn du jetzt auf der Filmbörse wärst, auf irgendeiner Filmbörse, oder sonst wo unterwegs bist, du würdest dort Leute treffen, du würdest wahrscheinlich ganz still versuchen, allen aus dem Weg zu gehen, ja, du hast das ja sogar selber mal gesagt, ja, in einem Video, ich glaube, da ging es auch um den Zahnarzt oder so, dass du dich da gar nicht im Real Life so so traust, so auch so zu sein, so aufbraust und so, ja, und warum? Weil du genau weißt, dass das auch Reaktionen hervorrufen wird, natürlich, das, das ruft immer Reaktionen hervor, mein Verhalten, auf YouTube kannst du dich praktisch ungestraft so verhalten, so, ich nenne es jetzt mal unsozial, ja, um nicht den bösen Begriff assozial zu verwenden, weil der wird ja immer mit was Falschem assoziiert, ja, dass damit irgendwelche Obdachlosen oder so gemeint sind, nein, asoziales Verhalten bedeutet eigentlich eben nicht sozial oder nicht sozial kompatibel, ja, sagen wir es mal so und, ähm, das kannst du natürlich auf YouTube machen, unwidersprochen, naja, jetzt vielleicht nicht mehr ganz unwidersprochen, im Real Life sieht es anders aus und du bist definitiv im Real Life anders als in den YouTube-Videos, erzähl mir nichts, ja, erzähl mir nichts, so upraging, wirst du so öffentlich in Real Life never ever, ja, glaube ich nicht, das macht keiner, Selbstreflexion, Slayne, Toxisch ist, du benutzt gern das Wort Toxisch, das Internet ist so toxisch, die Menschen sind so toxisch, du selbst bist toxisch, Slayne, und zwar nicht nur zu anderen, sondern vor allem zu dir selbst und das ist auch ein Grund für dieses Video hier, es geht nicht, es geht vor allem darum, einmal dir aufzuzeigen, wie toxisch du zu dir selbst bist und das finde ich furchtbar, das finde ich furchtbar, vor allem, weil du vor Jahren, vor ein paar Jahren eben noch nicht so warst, ich meine, da hast du mit Sicherheit auch so deine Problemchen gehabt, ja, aber das ist jetzt wirklich, das ist massiv toxisch, natürlich gibt es viele toxische Menschen in der großen, weiten Welt da draußen, keine Frage, weil Menschen so sind und natürlich kann man sich dann hinstellen und sagen, ich bin misantrop, ich finde alle Menschen scheiße, ich sage dir mal was, ich bin jetzt auch nicht der super, weißt, ich bin auch niemand, der einen großen Freundeskreis braucht, der ständig unter vielen Menschen, ich meide das auch, ja, ich meide das, aber nicht aus dem Grund, weil ich Menschen hasse oder weil ich Menschen nicht mag, ich habe nur gerne meine Ruhe, ich bin gerne für mich, ich umgebe mich mit den paar Menschen, die mir sehr wichtig sind und der Rest ist mir auch nicht wichtig, natürlich ist das Internet voll mit Wahnsinn, voll mit Wahnsinn, jeden Tag, überall ist Krieg auf der Welt, Leute sind hässlich zueinander und ich finde es furchtbar, ich finde es absolut scheiße, aber es ist so, ich kann Dinge nur in sehr kleinem Maße, wenn überhaupt beeinflussen, ich kann nur mein eigenes, kleines Umfeld beeinflussen, überhaupt, ja, und, man muss Menschen, und zwar alle Menschen, auch einfach mal so nehmen, wie sie sind und sich einfach überlegen, ja, wir sind Menschen und du sagst es ja selber auch immer und damit hast du recht, damit, da gebe ich dir auch recht, Menschen haben Fehler, Menschen haben negative Eigenschaften und auch positive Eigenschaften und das muss man einfach erstmal so hinnehmen. Das Tolle ist, dass man im Privatleben kann man einfach sich das aussuchen auf Arbeit, nicht immer, so im Privatleben kann man sich das aussuchen, mit wem man was zu tun hat und mit wem nicht, Energiewampire von Energiewampiren habe ich mich schon lang getrennt in meinem privaten Leben, ja, und, da kann man das sehr gut machen und da muss ich mich dann über alles so extrem aufregen, ja, und entschuldige, wenn du sagst, das Internet ist so, so furchtbar für dich und, und zieht dich so runter, warum bist du dann dauernd da? Bist du Masochist, Slane? Bist du Masochist? Warum, wenn das, was im Internet passiert oder was im Internet gepostet wird oder worüber diskutiert wird für dich, wenn es dich so runterzieht, wenn es so negativ für dich ist, was passiert im Internet, warum setzt du dich denn dem ständig aus? Dann musst du masochistisch veranlagt sein, weil ich tue das nicht. Ich setze mich keinen gruseligen Diskussionen auf Facebook aus. Ich mache das Handy zu und fertig, ja, warum sollte ich das an mich ranlassen? Es betrifft mich nicht, das sind Leute, die ich nicht kenne. Inwiefern betrifft das mein Leben? Oder weil Disney schon wieder einen blöden Film gemacht hat, ja, ich schaue ihn halt nicht, das ist mir, eigentlich ist es mir egal. Die größte Strafe für Disney und Co. ist, wenn ich den Scheiß nicht schaue. Ja, da muss ich nicht, mich stundenlang, tagelang drüber aufregen. Ja, warum setzt man sich selber bewusst diesem Stress aus? Ich hoffe, ich meine, du hast das ja jetzt gesagt am Ende deines letzten Videos, du möchtest dich da jetzt ein bisschen zurückziehen, ein bisschen weniger im Internet machen, was anderes machen und ich hoffe, du ziehst das durch und machst es tatsächlich, damit du einfach dir gegenüber, dir selbst gegenüber, nicht mehr so toxisch bist, so destruktiv, muss man ja schon sagen, bist. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und das ist meine Ernst, zieh das durch. Und da kann man auch weiter YouTube machen, aber fokussiere dich doch bei YouTube. Ich habe gedacht, ich habe die Rücken aus. Fokussiere dich doch bei YouTube auch auf Themen, die, wie soll ich sagen, nicht immer so, geh doch nicht immer da so extrem negativ dran ran. Natürlich ist es irgendwo, ja, ich weiß nicht, weil, das Problem ist nämlich, wenn man bei dir in die Kommentare reinschaut und bei deinen Zuschauern und ja, das ist jetzt, ich hoffe, dass nicht der eine oder andere jetzt super persönlich auffasst, aber, und ich habe das ja vor einigen Wochen mal kommentiert, ja, der Tanzbär soll tanzen, ja. Für viele ist das so. Die schauen sich das an und ja, hier, der Slayne, jetzt raged er wieder, ja. Schön cringe, ja. Willst du das sein? Cringe für andere? Ist das der Anspruch? Ich meine, es wird immer Leute geben, die über einen lachen, ja, über mich wahrscheinlich auch, ist ja scheißegal, natürlich gibt es das, aber, das Schlimmste ist doch eigentlich, wenn diese, wenn dein negatives Verhalten, das vor allem dir selbst schadet, dir selbst, ja, wenn das von anderen noch bestärkt wird und deswegen an deine Zuschauer oder an deine Community, zumindest an die, die auch bei mir zuschauen, lass das, lass das, bestärkt nicht Leute in ihrer Negativität. Das schadet ihnen, das schadet Slayne, ja. Da kann man ruhig auch mal und das ist aber das Problem, was man sieht, dadurch, dass du einfach sofort, wenn jemand Gegenwiderworte gibt, sofort angepisst reagierst und das ist immer so. Egal, ob auf Facebook oder auf YouTube oder sonst irgendwo, wenn jemand nicht oder mal dagegen spricht und sagt Slayne, da hast du jetzt einfach vielleicht nicht recht gehabt oder ich sehe das anders oder, dann bist du sofort, sofort angepisst, sofort. Es ist nicht möglich und deswegen führen auch alle Leute um dich rum, alle, einen Eiertanz auf, einen Eiertanz, ja, um ja dem Slayne nicht, dem General nicht zu missfallen. Ein Eiertanz wird da aufgeführt, das kannst du dir nicht ausdenken, ja. Nein, stattdessen bestärkt man dieses toxische, nochmal, toxische Verhalten gegenüber sich selbst, wird dann noch in den Kommentaren bestärkt, wofür du natürlich Herzchen vergibst, weil dir das natürlich dein etwas schwaches Ego streichelt, ja. Das ist klar. Das ist bei jedem so. Ich mag auch gerne nette Kommentare, aber ich bin ehrlich gesagt auch froh über jeden Kommentar, der halt mal kritisch ist und mal was sagt, da habe ich jetzt vielleicht nicht recht gehabt, mich mal verbessert oder mal sagt, ich sehe das anders, weil das auch für mich ein Mehrwert ist, weil ich dadurch einfach nur einen anderen Blickwinkel auf Dinge bekomme und manche Kommentare sind ja nett, nett, das macht aber auch nichts. Ich bin immer freundlich auch zu Kommentatoren, die mich vielleicht doof finden, aber das ist nicht schlimm, ja. Ich sage immer, ich grüße jeden, ja, und ich grüße besonders die Leute freundlich, die mich nicht leiden können, ja, weil das ärgert die nämlich meistens, am meisten, ja. Aber so ist es halt. Du verstehst einfach viele Dinge, ich weiß nicht, ob du manche Dinge, das habe ich bei dir auch noch nicht rausgefunden, ob du Dinge absichtlich falsch verstehst, weil du sie falsch verstehen willst oder ob du tatsächlich die Sachen, die manche dir schreiben, einfach nicht, tatsächlich nicht so verstehst, ja. Das weiß ich nicht, keine Ahnung, ja. Und du verdrehst ja auch teilweise den Leuten wirklich die Worte im Mund, ja. Wenn ich mal anschaue, die Videos, die du da zum Mario gemacht hast, zum Jim Jack Catmiss, ja, wenn du dich mit seinem Kanal einmal beschäftigt hättest, und zwar ernsthaft beschäftigt hättest, wovon überhaupt spricht, und ich bin auch nicht immer der Meinung von Mario, das muss man auch gar nicht sein, aber ich verfolge gerne zwischendrin immer mal wieder seine Videos, ja. Aber auch diese Videos über Mario waren völlig daneben, weil du auch da nicht verstanden hast, worum es eigentlich geht, ja. Und wie gesagt, ob das dann Absicht ist, oder ob du es halt einfach tatsächlich nicht verstehst, das weiß ich nicht, aber dann sollte man doch erst recht einmal drüber nachdenken, bevor man losblökt, ne. Das ist einfach so. Und weißt, was auch nicht geht. Und langsam kommen wir zum Ende, das wird eine Stunde lang, ja. Ich könnte noch wahrscheinlich Ewigkeiten reden. Und was noch auch nicht geht, sich dann immer, wenn irgendeine Scheiße passiert ist, und auch das häuft sich in der letzten Zeit, wenn irgendeine Scheiße passiert ist, und du halt wieder irgendwas gesagt hast, und wieder irgendwo das Shitstorm losgeht, oder sonst irgendwas, ja. Und dabei war es sehr interessant, denn das muss ich dir jetzt nämlich gegen Ende nämlich auch nochmal sagen, man hat richtig gemerkt, wie der Gon-Gon angekündigt hat, er wird reacten, ja. Dann waren die Brötchen auf einmal relativ klein, die du gebacken hast. So, oh, jetzt kann ich schon gar nicht mehr schlafen, und, und, oh, der wird mich, wird jetzt auf mich reacten, und, und, äh, das war deine eigene Medizin, Slane. Deine eigene Medizin. Frag Olli Ankat. Frag Olli Ankat, wie er schläft, oder geschlafen hat. Frag ihn. So, und das klingt jetzt so, als würde ich Olli Ankat verteidigen. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Olli Ankat hat die Abreibung bekommen, die er verdient hat. Aber, und jetzt muss ich das sagen, was du immer nicht hören willst, ja, aber ich sag's dir jetzt nochmal, irgendwann muss es auch mal gut sein. Weil, weißt du, wem du jetzt mit diesem Quatsch, und jetzt, du kannst noch 50 Reactions auf Olli Ankat machen, weißt du, ich glaube, es geht ihm inzwischen am Arsch vorbei, so wie es den meisten Leuten am Arsch vorbeigeht, ja, und es ist auch richtig so, ja, du schadest nur dir selber damit, nicht Olli Ankat. Warum? Und natürlich ist er ein Dulli, mein Gott, ich schaue jedes Video von Olli Ankat. Warum? Weil so ein Unterhaltsam ist, es ist lustig, ich kann lachen. Er unterhält mich, ja, ganz einfach. Er unterhält mich. Bei deinen Videos hingegen, kommt inzwischen eigentlich nur noch, Negativität drüber. Ein Video ist negativer und mit schlechteren Vibes als das nächste. Dass man sich so richtig, wenn man da ein Video von dir angeschaut hat, sich so richtig mies fühlt oder sauer ist. Toll, super, das ist ja Weltklasse. Ja, dann schaue ich doch lieber Dulli Ankat an, der seine, weil er jetzt Funkos auspackt, ja, weil jetzt will er wieder Funkos haben und weiß der Geier was und sich 50 Mal verspricht in einem Satz, der tut keinem mehr was. Ja? Ja, der hat vor zwei, drei Jahren hat er richtig Scheiße gebaut, dafür hat er eine Abreibung bekommen, die er auch verdient hat. Ja, und jetzt, wen interessiert das nach so vielen Jahren? Wen? Wen? Das muss ich nämlich auch mal ganz deutlich sagen, was soll denn die Scheiße? Natürlich kann man mal, mein Gott, das habe ich auch schon gemacht, dann machst du mal wieder so ein lustiges, so ein bisschen satirisches Video, ein lustiges Video über Olli Ankat oder über wen anders, ich mache das ja nicht bloß über Olli Ankat, sondern auch in anderen Fällen, das kann man ja auch mal machen, aber diese ewigen hier Reaction of Death, Olli Ankat hat einen Furz gelassen, ich muss jetzt den Furz reacten, wie er gerochen hat, meine Herren, du kannst es dir ja langsam nicht mehr ausdenken, ohne Scheiß, und wie gesagt, es schadet nur dir selbst. So, und jetzt wäre dann einmal einer gekommen, der hat eine Reaction angekündigt und dann kannst du nicht mehr schlafen, wo du bewusst polarisierst auf YouTube, bewusst, du weißt, dass du polarisierst und mich ehrlich gesagt wundert es mich, dass eigentlich dazu, dafür, dass du so polarisierst, dazu eigentlich noch nie jemand was gesagt hat und auch noch nie jemand zum Beispiel aus der Film-Community was gesagt hat. Es war klar, dass ich der Erste bin, aber ich mache es jetzt und ich mache es vor allem wegen dir, weil mir was an dir liegt, verdammte Scheiße, ja, auch wenn du das jetzt mit Sicherheit alles so interpretieren willst, der hasst mich, der kann mich überhaupt nicht leiden, der will jetzt auf mir rumhacken, nein, ich möchte, dass du verstehst Slain und dass du dich selbst reflektierst und ich möchte, dass deine Zuschauer aufhören, dich mit deinem selbst, in deinem selbstzerstörerischen Verhalten auch noch zu unterstützen. Das muss ein Ende haben, weil wo soll das hinlaufen? Wo soll das denn hinlaufen? Du kannst dich nicht in jedes Video, darauf wollte ich eigentlich hinaus, hinsetzen und dann wieder zurückrudern und den Böhmermann machen. Was meine ich damit? Weißt du, was der Böhmermann macht? Der lässt auch irgendwas raus, ja, was dann womöglich auch nicht stimmt, wo er wieder mal Grütze gelabert hat, ja, ich meine, Böhmermann redet sehr viel Scheiße, wenn der Tag lang ist, ja, und dann, wenn man ihn darauf anspricht und wenn er erwischt wurde, dann setzt er sich hin und sagt, oh, das ist ja alles nur Satire. Ja, und bei dir ist es halt, oh, ja, okay, aber ich bin halt so. Das geht nicht. Das zählt nicht als Ausrede. Das funktioniert so nicht. Es funktioniert so nicht. Auf keinen Fall. Lass das. Oder wie lang soll dieser Kreislauf noch weitergehen? Video, äh, zurückrudern. Video, zurückrudern. Video, zurückrudern. Ihr habt mich falsch verstanden. Ich habe das anders gemeint. Geht nicht. Geht nicht. Ich gebe dir noch einen Denkanstoß mit, Slane. Tommi. Selbst wenn du jetzt körperlich arbeiten könntest, nehmen wir an, du wärst komplett gesund und du könntest körperlich arbeiten, glaubst du, dass irgendein Arbeitgeber dich einstellen würde mit diesem Sozialverhalten? Glaubst du, dass ein Arbeitgeber so ein Verhalten tolerieren würde? Ich glaube nicht. Das wird nicht funktionieren. Und das hat nichts damit zu tun, dass man nicht, weißt du, du sagst immer, ja, früher, früher, da war ich so ein Duckmauser und hab nix gesagt und, und, und so weiter. Man kann immer seine Meinung sagen, ja, und man sollte auch dazu stehen, ja, man sollte im Übrigen auch dazu stehen, wenn man, ähm, Quatsch erzählt hat, ja, oder wenn man was falsch gemacht hat. Das sollte man tun, ja, das sollte man, aber das ist kein, das bedeutet aber nicht, früher war ich Duckmäuserisch und heute haue ich jedem aufs Maul, online zumindest, im übertragenen Sinne, von einem Extrem quasi ins andere. Wer soll dich denn dann ernst nehmen? Wer soll dich ernst nehmen? Wenn da jemand vor mir sitzt und mir Beleidigungen in, in die Rübe, äh, schmettert, ja, einfach so und rumraged. Natürlich ist das mal lustig, wenn man es selber nicht zu ernst nimmt, das Problem ist, du nimmst es ja ernst. Auch wenn du dann immer zurückrudest und sagst, ja, ja, eigentlich, ja, ich bin halt so, ja, nein, du nimmst es viel zu ernst. Du nimmst YouTube viel zu ernst und deswegen hängst du hier auch dauernd rum. Geh raus, ja, deine Frau hat völlig recht, wenn sie sagt, geh raus, mach was anderes. Ich glaube dir nämlich nicht, dass es so ist. Ah, YouTube ist ja gar nicht so. Es ist nur YouTube, Leute. Für dich hat YouTube und das Internet einen riesen Stellenwert anscheinend, ja, einen riesen Stellenwert, den höchsten wahrscheinlich überhaupt, ja. Wenn YouTube weg wäre, oh, ich gehe auf eine andere Plattform, wo wirst du denn hin? Das ist nämlich auch noch sowas. YouTube verkauft nämlich auch noch was. Nicht nur die Plattform selbst, sondern auch noch Reichweite. Das habe ich vergessen vorhin. Auch sowas kostet Geld, ja. Das muss man alles mit einfließen lassen. Was würdest du denn machen ohne YouTube? Was denn? Denk mal nach. Denk mal nach. Reflektiere. Und zwar ernsthaft. Das ist die Möglichkeit. Du kannst jetzt, nachdem du jetzt vielleicht dieses Video gesehen hast oder nicht gesehen hast oder ausgeschalten hast oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, ja. Du hast jetzt im Endeffekt zwei Möglichkeiten und du kannst dir selbst aussuchen, welche du wählst, ja. Du denkst mal drüber nach, was ich gesagt habe, in einem durchaus, äh, ja, vehementen Ton, ja. Denkst mal drüber nach, reflektierst oder du sagst, nee, das dumme Arschloch, der hasst mich sowieso, ja, der kann mich nicht leiden und ich gebe nichts auf den. Ich blockiere den jetzt überall, ich gebe nichts auf den, ähm, ich, ich ziehe meinen Stiefel weiter durch. Und dann machst du weiter so wie bisher. Kannst auch machen, das ist die zweite Möglichkeit. Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht machen. Und nochmal, damit das ganz klar rüberkommt, ich mache das Video nicht, weil du mir am Arsch vorbeigehst. Dann würde ich es nicht machen. Leute, die mich nicht interessieren, pff, da kümmere ich mich nicht drum. Gar nicht. Überhaupt nicht. Aber ich finde es traurig, dass du nicht mal merkst, wenn Leute, die dich, und da rede ich jetzt nicht bloß von mir, ich kenne ja auch ein paar Leute, dass sich Leute, die eigentlich dich über viele, viele Jahre verfolgt haben, bei dir immer aktiv waren, dass sich Leute von dir abgewendet haben und ich weiß nicht, ob du das überhaupt registriert hast, und da sind einige dabei, die einfach sagen, mei, und ich kenne da wirklich viele, die einfach sagen, ich habe den Slan so gern geschaut, der war so cool und jetzt kann ich einfach nur noch den Kopf schütteln. Und es ist eigentlich traurig, dass du das nicht merkst, dass du es nicht selber merkst, dass du dir die Leute, für die du eigentlich immer wichtig warst, vergraust oder schon vergrault hast. ich sage es jetzt einfach bloß einmal, ich weiß nicht, ob du das Video jetzt bis zu dem Punkt überhaupt angeschaut hast, ich glaube aber, viele von deinen Zuschauern werden es tun und die können dir vielleicht auch dann noch dazu was sagen. Und jetzt ist eine Stunde rum und ich habe jetzt glaube ich, ich hoffe es war, ihr konntet mir alle, du Slan und alle anderen, die zugeschaut haben, konnten mir einigermaßen folgen, auch mit meinen wilden Gedanken sprüngen. Und ich möchte eins abschließend auch noch sagen, wer jetzt meint, das hier ist ein Beef-Video oder jetzt geht hier Beef zwischen Slan und der Bundesfirmananstalt los, Nein. Nein. Dafür ist das Video nicht da. Und Slan darf gerne darauf reagieren, er darf auch natürlich gerne darauf reacten, selbstverständlich, oder jeder darf das gerne verwenden, wie er möchte, was dazu sagen, ihr habt da überhaupt kein Problem damit. Ja. Von meiner Seite aus gibt es keinen Beef. Ich sage das immer wieder, ich habe mit niemandem auf YouTube Beef. Ich habe in meinem Privatleben auch kein Beef. So was mag ich nicht. Ich mag es nicht. Ja. Aber ich kann auch einmal meine Meinung einfach raushauen. Einmal ungefiltert. Das habe ich jetzt einfach auch mal so gemacht. Aber merkst du was, Slan? Ich kann das tun, ohne jemanden zu beleidigen. Und das ist mir wichtig. Ich möchte niemanden beleidigen. Ja. Und ich hasse dich nicht und ich finde dich auch nicht scheiße oder sonst irgendwas. Ich mache das Video genau aus gegenteiligen Gründen. und ich möchte jetzt das Video schließen mit einem Zitat, was ich glaube ganz gut passt von Friedrich Nietzsche. Ein sehr bekanntes Zitat. Das glaube ich jeder kennt. Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Ja. 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 Ja.